all right ihr seid liebe leute und damit herzlich willkommen zu diesem kurzen video es gibt wieder super neuigkeiten denn ich habe ein gewinnspiel für euch vorbereitet und was ihr machen müsst ist folgendes in dem replay seht ihr dass die kampfmaschine hier noch level 3 ist jetzt ist sie level 4 in meinen live streams versuche ich ja die kampfmaschine so zu pushen dass wir die auf level 5 kriegen ohne jetzt großartig viele gems auszugeben das schaffen wir also auch vielleicht ziemlich auch freitag wieder aber ich brauche einen namen für die kampfmaschine das heißt ihr schreibt jetzt hier per kommentar einen namen den ihr halt cool findet für die kampfmaschine damit ich sie dann immer so nennen kann im stream und jeder der mir einen ordentlichen namensvorschlag per kommentar gibt der hat die möglichkeit im 10 euro paysafe card zu gewinnen das lohnt sich dann halt einfach aus und natürlich wird es mir helfen in der entscheidung welcher name dann wirklich gut ist wenn ihr auch die vorschläge der anderen euch anschaut und diese vielleicht auch bewertet findet ihr den namen gut dann gibt dem namen einfach einen daumen nach oben ansonsten entscheide ich mich natürlich und die entscheidung werde ich euch dann auch im nächsten video kundtun und auch vielleicht schon im live stream die 10 euro paysafe card wird wie gesagt ausgelost unter allen kommentaren die sinnvoll sind also schreibt jetzt irgendeinen scheiß dann wird er natürlich nicht zugelassen und auch alle seine anderen namensvorschläge werden nicht beachtet ja genau das ist es dann ich hoffe ich kriege ein paar verschiedene namensvorschläge damit das so gut läuft wie der angriff hier gerade eben und da können wir weiterspielen und ja ich bin gespannt auf euch haut rein machte tschüss und servus euer basti ich bin gespannt auf euch hier